Also das Essen war unglaublich lecker. Unbelievably günstig. Das sind die Preise hier. Okay. Hammer. Guten Morgen. Heute buche ich mir einen Roller und fahre ein bisschen rum. Hier direkt vom Hotel. Die gute gibt mir jetzt einen. Ich bin gespannt was ich da kriege. Kann ich eine neue? Neue? Neue. 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 Ist das gut? Ja gute Qualität, du weißt? Ich spreche nicht so viel Englisch. Das kostet jetzt 150.000. Das sind 5 oder 6 Euro für 24 Stunden. Das ist der Unterschied. Die anderen immer nur am selben Tag. Und hier ist 24 Stunden. Was kriege ich denn jetzt? Wie viele? Ah ok. Ah ok, ich brauche eine Gasstation. 12.000 Kilometer. Das ist ok. Willkommen zum YouTube-Kanal. Bitte abonniert und klickt das Like. Danke. Ich schiebe dir das aus. Ich glaube ich muss dir jetzt mal helfen. Ich kann dir helfen. Lass mal den Franky hier dran. Gut. Ist nicht so einfach. Die parken halt immer extrem eng. Das ist heftig. Ah ja. Okay. Äh. Das Key? Ja, Gasstation. Ja. Das ist fun, ja? Oh Gott. Muss jetzt noch tanken. Der hat jetzt nur, ja der hat eigentlich gar nichts drin fast. Muss ich voll machen. Mal gespannt was das hier kostet mit einem Sprit. Was mich immer nervt, die Ablegefläche sind immer ziemlich schlecht. Ähm. Weil ich will ja mal, weil ich muss ja das Handy irgendwie halten unterwegs immer. Das nervt in der Navigation. Und dann kann ich es ab und zu mal hinlegen. Weil die anderen Roller, die haben hier sowas. Das ist manchmal besser. Ich weiß gar nicht was das hier sein soll ehrlich gesagt. Vielleicht weiß es ja jemand von euch. Schreibt es mal in die Kommentare. Und hier ist auch der Tankdeckel. Ja. Sie kennen es ja eigentlich nur, dass die hier unter dem Biss sind meistens. So. Ist jetzt so. Egal. So. Jetzt haben wir gefahren mit dem Service hier. Und wenn man keinen Plan hat, wie das hier funktioniert. Das sind die Preise hier. Das ist Preis? Ja. Ah ok. Also unter einen Euro irgendwie. Haben wir jetzt 25.000 ungefähr einen Euro. Könnt ihr euch selber ausrechnen. Ja. Perfekt. Ja. Hier. Here comes the money. Here we go. Ah. So. Thank you. Thank you. Also 70.000 habe ich jetzt bezahlt. Für eine volle Tankfüllung mit dem Roller. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen aufzunehmen. Das ist nicht so einfach, aber es ist einfach faszinierend. Ok? Genau! Ok. inj Mal. adapte das so. Inensigtes hier. Aktuell, okay. Ja, bist du denn? Hallo! Hallo! Ist das ein ... Ich suche breakfast? Ja, nur ein Ticket. Ein Ticket? Ja. Und wie viel ist es? Wie viel? Wie viel? 35.000 Euro. 35? Für ... Okay. Ja. Ticket, ja. Also hier kann man jetzt noch ein Ticket kaufen für 35.000 Flatrate Essen oder so. Ich weiß es noch nicht. Hey, you need to follow him. Let's follow him. Water later? Okay. Da ist nämlich noch immer so ein Teller. Aha. Ja. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich probiere es mal. Ah, das ist Knoblauch. Okay. Was ist das? Was ist das? Tofu? Ja, Tofu. Okay. Und das? Chicken? No, no, no. No chicken. No chicken? Yeah. Only where I take food. Ah, no meat? Yeah. No meat, no meat, no meat. Wow, good. Also hier gibt es gar kein Fleisch. Interessant. Cool. Only vegetable? Ah, nice. Okay. Das ist alles Tofu. Ah, das ist ja mal nicht schlecht. Das ist jetzt mal mein erster Teller. Also ganz schicke ich das Konzept noch nicht her. Also alles vegetarisch. 50.000. So. Mmh. Gut. Mmh, lecker. Ich wusste gar nicht, dass Tofu so gut schmecken kann. Irgendwas mit Teig. Das sind die Zufälle, wenn man einfach rumfährt und irgendwo die Leute da sitzen sieht. Und da wo halt die meisten Leute sitzen, da geht man hin. Und der Vorteil jetzt beim vegetarischen Essen ist, du kannst es jetzt frei weg weg essen. Ja, weil manchmal hast du halt halt so Knochen drin oder Knorpel und so und es ist dann halt nicht so angenehm. Ja, frische Koffe. Ja, frische Koffe. Ja. Ja, ja. Okay. Willst du Zucker? Nein, danke. Nein, danke. Nein, danke. Okay. Wir haben fünf Minuten, so fertig. Sorry? Wir haben fünf Minuten. Ah, okay. Ja, ja, ich warte. Danke. Das ist ja auch cool hier, dass man so einen Kaffee da kriegt. Ganz frisch. Also ihr könnt euch echt Flatrate hier nehmen, gell. Ich glaub 40.000 kostet regulär oder 35.000. Das ist ja ein Witz am Preis. Das toppt alles. Das toppt alles. Shut up and take my money. Und hier kann man sogar noch... Guck mal wie viel Reis das ist. Die ganze Bottel voll. Und hier hinten kann man noch wassern. So ein Wasserspender. Kann man sich auch unbegrenzt nehmen. Und der bringt einem auch ein Glas mit Eis. Jetzt hab ich mir nämlich grad noch mal eine Portion geholt. Alles lohnt sich ja richtig. Da werde ich ja auch mal satt. Ja. Das ist ja eigentlich durchgelaufen. Und die haben ja gesagt, das ist ein vegetarisches Restaurant, gell. Und dann seh ich sowas hier. Das ist Wurst. Aber es ist vegane Wurst. Und ich schwör, ich hab das noch nie gegessen. Es schmeckt original wie Wurst, gell. Ich dachte, alter, das kann ja nicht sein, oder? Unglaublich. Also das Essen war unglaublich lecker. Unbelebbar günstig. Also für den Preis kann man sich vollfressen ohne Ende. Super für Veganer und Vegetarier natürlich. Ja. Also der hat mir gesagt, das ist so eine Art Butter-Restaurant. Also die Buddhisten essen ja, glaub ich, vegetarisch, ne? Das ist das Restaurant. Ich weiß nicht genau. An Buffet Chai oder so. Kommt auf jeden Fall her. Also auch sehr nett, die Leute hier. Wie allgemein natürlich. Aber hier kann man, wie gesagt, billig essen, gut essen. 20 Minuten später. Ich bin jetzt hier beim Upside-Down-Haus. Der habe ich gerade bei Google entdeckt. Das ist so ein, wie der Name es schon sagt. Oder eigentlich vielleicht auch nicht. Da ist alles verkehrt rum da drin. Bin ich mal gespannt, was mich da jetzt erwartet. Oh, da fängt es doch schön an. Okay. Hallo. Hallo. Gut. Ich muss ein Ticket bezahlen? Ja. Wie viel? 50. 50? Ah, okay. Okay. Also Schuhe wieder ausziehen hier. Das machen die ja gerne, aber das ist auch gut. Hallo. Das ist lustig. Funny, funny. Oh mein Gott, das ist jetzt hier wieder so typisch. Das ist ein Fotoselfie-Paradies. Hallo. 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 Ah, ja. Hier. Ja, okay, danke. Du hast den Security Guide, ja? Gut? Okay, danke. Sorry. Sehr lustig gemacht, ja. Oh, das sind aber einige Stockwerke, oder? Mach kurz sogar den Zahlenverkehr rum. Ja, ja, ja. 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 20 Minuten später. Ich bin jetzt einen Berg hochgefahren. Ich bin jetzt bei Chongkong Monastery. So heißt das, glaube ich. So eine Art Tempel mal wieder. Hallo. 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 Ah, noch Schoße hier. Ja. Hallo. 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 Oh, alles wird wieder so schön aus Holz. richtig schön gepflegt hier hier riecht es extrem nach räucherstäbchen richtig schön hammer wieder ein großer butter diese aussicht wieder ich bin ja so ein aussichtsfanatiker allein deswegen gebe ich mir immer den stress irgendwo hoch zu gehen ganze stadt sieht man hier ganzen münchen hier kommt noch krass hello hello max weiß ich wie das ist mit dem film und so ich mache es jetzt man kann aber sagt von vietnam ah 13 years ago 13 years ago understand yeah i was here i was child small but now again yeah again yeah i like i like so much asia asia where are you from germany 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 now here in two weeks philippines india india no no too much people india too much people don't like maybe soon yeah in future but now no 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 philippines india but i have only 15 days visa no good you know not long long time you understand you speak english good a lot of people speak a little english yeah me too english no good i learning you know you're learning and you're buddhist yeah buddhist is buddhist yeah buddhist but in vietnam no buddhist is catholic in vietnam is catholic you where you from germany it's the first time you stay in the hometown yeah here yeah what do you find something you find a temple that's the first temple here in vietnam yeah i see only a lot of church a lot of church yeah i think i drove here's catholic or more i don't know or buddhism what is more in vietnam buddhism catholic it's not thailand cambodia a lot of buddhism but here in vietnam a mix mix you know dance and meditation ah ah zen zen this is like japanese yes no this is vietnamese zen meditation ah this good you believe in the i believe in nothing you know yeah it's true i don't like it have you been practice meditation a little bit i have no concentration you know i'm i have no i'm not quiet you know i cannot sit long no maybe in future i try i will try maybe good for mind and you can go to universe yeah if you make a lot of meditation you can find yourself yeah irgendwann later it started to rain i didn't have anything because i talked about it but i put myself somewhere and then i do 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 there so in the i do as i can watch this google denke ich jetzt habe ich kurz in dem laden gehalten wollten wasser haben ein kleines und dann sagt sie will 10.000 haben und 10.000 ist kompletter bucher gesagt nee ist teuer ich gehe jetzt wieder und dann hat es mir so gegeben ich habe das nicht verstanden aber sie hat es mit umsonst gegeben unglaublich oder normalzeit zu 5000 oder so für so ein kleines wasser und 10.000 ist doppelte touristenpreis hier oben aber dass sie mir das ist umsonst gegeben hat das hat mir jetzt gewundert ich habe mich jetzt sehr sehr bedankt zwei jahre auf rückweg habe hier habe ich aber noch so eine treppe entdeckt das sind gerade ein paar einheimische runtergelaufen wieder irgendwelche butter und zwerge hier hello immer diese hunde überall hello was ist das butter ja also ich steig da halt immer noch nicht durch ich habe mich auch immer noch nicht damit beschäftigt es gibt ja glaube ich verschiedene butters und von verschiedenen zeitepochen oder so wenn sich da jemand auskennen wenn sich da jemand auskennen gerne in die kommentare schreiben das ist ein ganz begossener bodel und dann